So, weiter geht es hier mit dem geilen Spiel Bright Memory Infinite und zwar ist es so gesehen der zweite Teil von Bright Memory, was ich bis jetzt mega feiere, muss ich sagen, für einen Mann, was kann ich hier machen, kann ich den Bambusstock hier kaputt machen, ist das echt gelungen, so wir waren jetzt hier stehen geblieben, Wurfhacken, Juhu, oho, oho, oho. Oha. Ich habe nichts damit geholen, dass er auf mich schießt, aber ok. ok Okay, da haben die mich, da haben die mich, da haben die mich, da haben die mich erwischt, da haben die mich erwischt, ich wollte drüber schweben. Okay, machen wir es nochmal, versuchen wir es nochmal. Okay, ich schweben es nochmal. Obwohl würden sie. Der Schiff ist auf dem Weg. Du solltest sie sinken. Das ist so geil mit den Blocken. So, jetzt hier rüber. Jaja, ich mach das schon. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Diese Schiffe, die nerven voll. So, jetzt können wir hier rüber. Okay, ich brauch hier irgendwas. Ich mach kaputt hier. Kein Leben, nix. Auch gut. Okay. Oh, neue Waffe. Uhu. Das wird interessant. Ein, zwei Waffe wechseln, okay. Pupka, ne? Ist das. Direktor Chen, es sind nur zu viele Hostels. Kein Problem. Wake wird dich zurück. Huh? Wake Signalflare? Ja, sie werden auf die Signalflare fokussieren. Jetzt ist deine Chance. Roger, ich werde das jetzt beinahe. Oha, wir sollen jetzt runter, ne? Einfach, einfach jetzt, ey. Alle, alle. Gegen alle. Oh, ich wollte grad was machen. Nein. Okay, der nächste Boss. Oh, wie geil ist das denn? Ruckspringen, ruckspringen. Abrollen. Ich bin so ein Schwumler, ne? Ich bin so ein Schwumler. Ich bin so ein Schwumler, Leute. Aber die Schwumler auch. Oh, hinter mir. Hinter mir. Zu zweit von hinten, ne? Das war's mit ihm. Hab's geschafft. Oh mein Gott. War gar nicht mal so einfach. Antike Soldaten, kannst du laut sagen. Kannst du laut sagen. Dass da dieses Sammeln jetzt, äh, diese andere Taste ist? Naja. Eine Taste werde ich auch nochmal umändern. Da bin ich zufrieden, Leute. Und zwar, ähm... Diese Schussdings umändern. Ja, so ist besser. Definitiv. Reliquier können an den Unterorten gefunden werden. Mittel von Reliquien können sie ihre Exo-Arme, Lichtschwert und Waffenfähigkeit verbessern. Aha. Aha. Eine neue Fähigkeit freischalten. Ah, okay. Verstehe ich. Exo, Lichtschwert. Windklinge. Jetzt hört man nämlich eine Druckwelle und schleudert sie nach vorne. Du fügst einen Gegner in den Flugballen Schaden zu. Das klingt doch geil. Waffe. Zielsuchtgeschosse. Oh, 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 oh. Schrapnellbombe. Oh, auch geil. Brandgranate. Exo einleiten. Okay, Gravitationsstrahl. Raketenschlag. Habe ich noch gar nicht. Ich würde sagen, wir machen erstmal unser Lichtschwert ein bisschen. Hä? Das sieht doch gut aus. So. Will ich jetzt mal testen? Geil. Ah, easy, 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 easy. Okay, die kann ich nicht kaputt machen. Schade eigentlich. Aber die kann ich kaputt machen. Ey, ihr fällt mir echt gut, ne? Muss man ja mal sagen, an was alles hier gedacht. hat, die Bäume und so alles wunderbar. Sehr schön. Das Wetter einfach stimmungsvoll. Oh, oh. Oh. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Dass ich gegen dich jetzt diese andere Waffe benutzt habe. Aber wir müssen da rüber. Wandeln laufen. Allöchen. Allöchen. Oh, oh, oh. 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 Es tut mir so leid, aber diese Pumpkanne ist einfach nur richtig krass. Da drüben ist was. Wie komme ich jetzt da rüber? Einfach rüberspringen. Einfach rüberspringen. Ich habe noch eine Reliquier. Schade. Kann ich noch nicht machen. Eine. Himmelssieb. Freischalten. Einfach rüberspringen. Einfach rüberspringen. Das ist die beste Möglichkeit. Oh, beinahe werde ich runtergefallen. Ich hoffe, du musst mit dem einfach rüberspringen. Wer da was schießt. Da drüben. Reicht das bis dahin? Nein. Aber das reicht mir bis dahin. So. Ey. Der ist noch nicht tot. Jetzt. Rübergehen. Und sehr schön. Oh, oh, oh. Nächster. Nächster Boss. Miniboss oder so. Aha. Er gibt an mit seinem Schlag. So easy, ne? Die waren ja einfach. Ich will mal wissen, was das hier macht. Oh, oh. Wow. Okay. Jetzt wissen wir, was das macht. Wir haben. Wir haben bestimmt oben irgendwas versteckt, Leute. Oh. 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 es ist einfach von da neue fähigkeit freischalten mache ich neue fähigkeit freischalten mache ich sie geschosse sowas von was wollten die Da hab ich schon wieder was gesammelt, okay. Oh, da ist irgendetwas. Einiger Soldat. Oh, Gnadenstoß. Das war nicht gut, ne? Ja, ja, ja. Den haben wir gut erwischt. Oh, meine Schrapnel, Dinger. Zielsuchende, das ist so krass. Was wollte er machen? Was wollte er machen? Okay, abhauen. Devise lautet jetzt. Das hier testen. Du wolltest das. Shoot me. Du wolltest das. Er wollte das. Er hat gesagt, shoot me. Leute, er hat gesagt, shoot me. Kann ich auch nichts dafür. Er hat ja nichts sagen sollen. Oha! Oha! Boah, von oben, von oben verteilt Blege von oben verteilt Diese Kämpfe sind so geil Was wollen die machen gegen meine Macht? Ich fühle mich grad nicht wie Star Wars So ein bisschen Mit meiner Macht hier Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Diese Movement ist so krass Komm her jetzt Ah, ja? Ah, die hätte blockieren sollen, aber egal Komm her, jetzt hab ich dich Hab ich doch gesagt, jetzt hab ich dich Alles okay Wir machen das schon hier Wir machen das hier schon Alles okay, wir machen das schon Ich brauch dich nicht, alles ganz gut Ohne dich schaff ich's auch Ganz einfach hier Ohne dich schaff ich's auch Ich muss jetzt nur noch ein bisschen auffassen, Leute Kann natürlich jemand hier von hinten kommen Boah, warum geben sie so viel Munition? Nicht umsonst Wird hier so viel Munition gegeben Hm? Liebe Entwickler Ja, 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 ja Wenn man so viel Munition bekommt Ja, dann wirst du Es wird jetzt ein 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 Großer Feind kommen Hm? Okay, wir Wir pfeffern das hier alles drauf Na komm hier Boss, komm jetzt Ist logisch, dass jetzt ein Boss kommt Ich irre mich nie Okay, so viel zum Samurai-Shooter Oh mein Gott Wo ist er? Verdammte Scheiße, ist er schnell Oh mein Gott, hab ich ihn? Ich hab ihn Oh mein Gott, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Wir haben ihn mehrmals erwischt Wir haben ihn mehrmals erwischt Jetzt muss ich aufhören Oh shit Der hat mich einmal gut erwischt Oh ist das geil Okay, wir können ihn nicht hitten Aber Weg da Aber Aua Aua Kranker Typ Wie gut, dass ich Das Teil gemacht habe Ich glaube doch endlich Ich glaube doch endlich Muss ich was anders machen oder was Warum stimmt der nicht Ich glaube ich muss ich mir glaube ich etwas anders machen Leute Oh ich bin ja Oh ich bin ja Wärme ihn, wärme ihn, wärme ihn, wärme ihn, wärme ihn, wärme ihn Wärme ihn, wärme ihn, wärme ihn Oh mein Gott Ah, war das schwer Geil inszeniert So, schnell raus hier. Und dann, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Der war echt schwer in Geburt. So entkommen. Okay, jetzt müssen wir diesmal ein bisschen schnell rennen hier. Sorry, keine Zeit für dich. Ich kann auch kutschen. Aha. Mit dem Aufzug des Viertelsturms. 28 Sekunden. Lauf, 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 lauf. Kannst du die Mauten sehen? Wir sind fast da. Jetzt nicht. Ach. Dieser Wandsprung. Habe ich nicht geschafft. Eigentlich easy, aber... Ein Wandsprung hat mich erledigt. Unglaublich. Kannst du die Mauten sehen? Wir sind fast da. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Warum? Warum? Warum hat man denn diesen Wandsprung schon wieder nicht gemacht? Oh, Mann. So, jetzt aber. Können Sie die Mauten sehen? Sie sind fast da. Jetzt verholt. Boah. 100 Meter kann sie... ...haken, okay? Hula. Shelia, was ist die Situation? Oh, so viele Boote. Es sind mehrere Wege-Scheiben, die nach dem Black Hole. Wir werden den Planen wiederfinden. Geh jetzt noch einen Rest. Okay. Okay, so. Das war's mit dieser Folge, würde ich behaupten. Wie es weitergeht, sehen wir natürlich dann in der nächsten Folge. In diesem Sinne, sag ich... Tschüss, tschüss. Wir schauen ganz kurz nur rein. Umzingelt. Umzingelt. Okay. Antike Stadt. Okay, wir haben jetzt gar nichts. So, wie gesagt, das in der nächsten Folge. Ich sag tschau, tschau.